Während unserer EU-Ratspräsidentschaft konnten wir die Weichen stellen für die Konferenz zur Zukunft Europas. Und ich freue mich sehr, dass diese große Bürgerkonferenz nun endlich beginnt. Wir alle als Europäerinnen und Europäer sind eingeladen, unsere Vorstellungen einzubringen. Es geht um nicht weniger als die Frage, in welchem Europa wir künftig leben wollen, welches Europa wir uns für unsere Kinder und Enkel wünschen. Durch einen Wettbewerb der Ideen wollen wir Europa gemeinsam fit für die Zukunft machen. Denn Europa lebt vom Engagement und der Kreativität seiner Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb machen Sie mit.